Meine Leistung ist in Schreise. Ich bin auch kein guter Spieler. Ich bin schon 2000 Gräten. Ich hab jetzt nur 42. Ich hab auch den letzten Tag gefühlt. Null zur Fähre. Ja genau. Null fest. Null. Null! 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 Das war noch. Es ist wohl Es ist ja mein Schuppe, am Moment Was kann das auch mal mehr? Es macht es noch Es macht es noch mal Es macht es noch mal Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen dran. Die Nähe des Gehalts wurde veröffentlicht von einem Phase-Drei-Alpha-Nähez in den Schiff. Bei den Laden-Sektion des Schiffes gibt es zwei Rehrende, die jeweils von einer Generatorin in Energie gesetzt werden. Die Bilder müssen die Generatorin beschützen, der Schiff bekannt wurde. Wenn der Schiff vollständig bekannt oder das Alpha-Monster getötet wird, gewinnen die Jäger die Runde. Wird der Schiff dafür gewöhnt das Monster. Dann ist es wahrscheinlich immer wieder da.